Er ist immer für euch da. Er macht jeden Quatsch mit. Oh Dad! Er backt die besten Pfannkuchen der Welt. Monsterpfannkuchen für alle! Papa ist der coolste Typ der Galaxis. Zum Vatertag gibt's jede Menge tolle Abenteuer mit euren Disney Junior Freunden und ihren Vätern. Und einer ganz neuen Geschichte von Sophia und König Roland. Wie schön! Vatertag auf Disney Junior. Donnerstag ab 8 Uhr und 15 Uhr. der Glockenball dio. Der Glockenball dio. Ich habe die Bühne durch die Bühne durch die Bühne mit der Glocken die Bühne durchsucht. Der Glockenball dio.